wir machen heute unsere erste vier sterne quest und zwar ein affenartiges material machen wir sprich wir müssen den wie heißt der noch bis harten also oder beschaden ich weiß nicht wenn er jetzt so ausspricht oder nicht das ist dieser komische affe den es neu hier gibt seit 3 glaube ich gibt sie neu müsste eigentlich und ja auch den machen wir mit einer eiswaffe weil er eine eis schwäche hat ganz einfach ja 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 Das muss man hier alles mitnehmen. Das muss ich sagen. Auf, 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 auf zum Affentheater. So, und er ist auf der 7. Bis Haten, bis Satan, bis Satan. Wie spricht man den denn aus? Die Schaden? Er ist nicht gehört. Egal, egal wie er heißt. Er wird jetzt gleich sterben. So, hier noch schön ein Kraut mitnehmen. Das gute Kraut. Wo ist er denn hier? 7. Ums Eck ist er. Da ist er. So, du ist noch auf dem Kopf. So, du Brüllhaffe. Bleib mal, dass du drauf hast. Schmeißt du mit deinen Früchten, oder was? Jo. Ich komme wieder runter hier, auf dem Boden der Tatsache. Komm doch mal her, hier. Der Schiss. Der hat einfach nur Schiss. So, ausgewicht. Der war nicht geplant. Ich muss doch mal selber gehen. War von ihm ein Schwerer zu gehen? Ich weiß es gar nicht. Auch wenn er ein Schwerer zu gehen. Oh, Enta. Ich bin der Kombo-Mann, shepherd. Ich kann aber schreren. Ich bin ja, Hörbüge. 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 Ich hab was? Nein, doch Oh, schade Das wäre eine geile Melone geworden Ach, da rennt er schon weg Da hat er genug Da hat er jetzt schon genug Da schnell mal ein bisschen wetzen Ich weiß gar nicht, was einem das hier genau rund Die Sachen, die er hier fallen lässt 1, 2, 3, 4, 5 So muss das sein Ey Wir würden uns ärgern Ja, guck, guck Ich würde nicht schweif Ich würde nicht schweif Ich koche noch nicht an der Anstine Man merkt, ich habe noch nicht oft gegen diesen Pavian gekämpft. Ich will einen Schweif verpacken, ich will nicht verstüben. Guck mal, ich hätte da jetzt aber leere Schnauze zu. Schnau abgemacht. Das ist aber nicht weh. Wir gehen genau rein. Jetzt haben wir noch ein bisschen Kraut. Wie viel Breakdance Dancer denn hier. Ich fühle wieder auf den Schweif. Ich glaube der kann nur, also der ist auf jeden Fall schon gebrochen. Aber ich glaube der kann auch nicht mehr. Also ich habe ihn auf jeden Fall, sobald ich weiß, noch nie den Schweif gezählt. Gekartet. Ich meine, ihr könnt mir ja gerne unsere Pile Spears nicht schaffen sollten, den Schweif zu zählen. Ich könnte dann mal gerne schreiben und ihr... Ich bin schon mit den... Oh, scheiße, das wäre so schön geworden. Den Schweif gezählt habe, gehabt. Ob ihr wisst, ob das geht. Ich glaube nicht, ob das geht. Komm die Brunner распacken. Kommen die Brunner ab nein. Zieh durch, alter! Hier hat er überall seine Früchte verteilt. Jetzt kommt mir hier auch nochmal so einen Boost. Jetzt ärgert er sogar noch die Bären hier. Hier ist er ein richtiger. Das ist ja nett, so wie er in der Hand ist. Dann sacken wir mal hier die Materialien rein. Die D3 sind sicher nicht einsam, dann haben wir eh Max. Die D3 sind sicher nicht einsam. 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 Aber tritt er noch? Nein, natürlich nicht. Warum sollte er auch? Warum sollte er auch treffen? Das wäre doch viel zu lustig, wenn er treffen würde. Oh, wie süß. Als würde er nur schlafen. Guck mal, jetzt trauen sich auch hier die kleinen Viecher wieder zurück. Jetzt, wo die Gefahr gebannt ist. Top. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr sehen wollt, wie ich den Affen, wie gesagt, keine Ahnung über den ausspricht, mit einer anderen Waffengattung noch machen soll. Langschwert, Doppelkling, Bogen, whatever. Dann schreibt mir das gerne. Dann werde ich mich nochmal um ihn kümmern, mit einer anderen Waffe. So, gucken wir uns dann noch eben schnell den Loot an. Quest erfüllt. Seine Fell, seine Feder, seine Kralle, seine Feder. Dann haben wir noch eine Kralle, ein Horn und Schwanzschutz. Okay. Gut. 9 Minuten 29 haben wir gebraucht. Und dann würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns in der nächsten Quest. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.